Die Puritaner Buchreihe mit John Bungie aus dem Buch Überfließende Liebe mit der Überschrift Einwände, die jemanden gewöhnlich daran hindern, zu Christus zu kommen. Vierter Einwand. Aber, sagt ein anderer, ich bin so ohne Herz, so langsam und, so glaube ich, so gleichgültig, wenn ich komme. Ich weiß nicht, ob man mein Kommen ein Kommen zu Christus nennen kann. Antwort. Ich habe Ihnen ja zuerst gesagt, dass das Kommen zu Christus eine Bewegung des Herzens und der Empfindungen zu ihm hin ist. Aber, sagt eine solche Seele, meine Trägheit und meine Gleichgültigkeit bei allen heiligen Pflichten zeigen, wie herzlos mein Kommen ist. Und ohne das Herz zu kommen, bedeutet überhaupt nichts. Punkt 1. Die Bewegung des Herzens zu Christus hin kann man nicht immer an der spürbaren, liebevollen Ausübung ihrer Pflichten erkennen, sondern vielmehr an den verborgenen Seufzern und Klagen, die ihre Seele gegen ihre Faulheit bei ihren Pflichten vor Gott bringt. Punkt 2. Aber selbst wenn es so wäre, wie sie sagen, dass sie so langsam und so weiterkommen, Punkt 3. Da Christus sogar diejenigen ruft, zu ihm zu kommen, die überhaupt nicht kommen, werden diejenigen mit Sicherheit angenommen, die kommen, wenn sie auch mit solchen Schwächen kommen, wie die, unter denen sie augenblicklich seufzen. Er sagt, wer zu mir kommt, er sagt nicht, wer kommt und spürt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaustoßen. Er spricht auch in Sprüche 9. Wer unverständlich ist, der komme herzu. Kommt her, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Punkt 3. Sie können in ihrem Geist leidenschaftlich sein, wenn sie zu Christus kommen und doch von einer spürbaren Trägheit geplagt werden. So war es bei der Kirche, als sie schrie, Zieh mich dir nach, so laufen wir. Und bei Paulus, als er sagte, Die Werke, Kämpfe und Widerstände des Fleisches sind in unseren Herzen offenkundiger als die Werke des Geistes und werden deshalb leichter gefühlt als diese. Was nun? Lassen sie uns in dem Bewusstsein unserer Schwächen nicht entmutigt sein. Sondern nur noch schneller zu Jesus Christus, um unser Heil zu laufen. Punkt 4. Lassen sie sich von der süßen Verheißung das Herz erwärmen. Dass Christus den kommenden Sünder annimmt, das lässt sie schneller zu ihm eilen. Entmutigende Gedanken sind wie kaltes Wasser. Sie betäuben die Sinne und lassen uns unsere Aufgaben nur ungeschickt verrichten. Aber die süßen und warmen Strahlen der Verheißung sind wie die guten Strahlen der Sonne, die uns beleben und erfrischen. Sie wissen, wie wenig die Biene und die Fliege im Winter in der Luft spielen. Die Kälte hindert sie daran. Doch wer ist so geschäftig wie sie, wenn die Sonne und der Wind warm sind? Punkt 5. Doch noch einmal, wer zu Christus kommt, der läuft um sein Leben. Es gibt nur niemanden, der um sein Leben läuft, welcher meint, er sei bei seinem Lauf schnell genug. Nein, wenn er könnte, würde er gerne einen Kilometer pro Schritt zurücklegen. Oh, meine Trägheit und Herzlosigkeit, sagen sie. Oh, dass ich Flügel hätte wie eine Taube. Ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen, vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Arme kommende Seele, sie gleichen einem Mann, der vollen Galopp reiten möchte und dessen Pferd kaum trabt. Er begehrt nun, nicht nach dem schleppenden Gang der lahmen Meere beurteilt zu werden, auf der er reitet, sondern danach, wie er ihr die Zügel schießen lässt, sie antreibt und die Sporen gibt, während er auf deren Rücken sitzt. Ihr Fleisch gleicht dieser lahmen Meere. Es jagt nicht Jesus Christus nach. Es scheut zurück, obwohl ihre Seele und der Himmel auf dem Spiel stehen. Seien sie getröstet. Christus richtet nicht nach der Eile des äußerlichen Laufes, sondern nach der Aufrichtigkeit des Herzens und des inneren Menschen. Punkt 6 Ziba erschien viel schneller vor David als Mephiboset. Aber trotzdem war sein Herz nicht zu rechtschaffen gegenüber David wie dessen. Es stimmt, Mephiboset erhielt von David einen Tadel, denn er sagte zu ihm, warum bist du nicht mit mir gezogen? Aber als David daran erinnert wurde, dass Mephiboset lahm ist, denn so entschuldigt er sich, dein Knecht ist lahm, war er zufrieden und schloss. Er wollte schneller mit ihm mitziehen, als er es tat. Und Mephiboset appellierte an David, der in jenen Tagen wie ein Engel Gottes war, welcher alle Dinge kennt, die auf Erden geschehen. Nun, armer kommender Sünder, sie können nicht mit der äußerlichen Geschwindigkeit eines Eilboten kommen, wie es so viele tun. Aber liegt der Grund, ihre Langsamkeit in ihrem Willen und Gemüt oder in der Trägheit des Fleisches? Können sie aufrichtig sagen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach? Können sie an den Herrn Jesus appellieren, der den innersten Gedanken ihres Herzens vollkommen kennt, dass dies wahr ist? Dann lassen sie sich durch dies trösten. Er hat gesagt, er will das Hinkende sammeln und das Verstoßende zusammenbringen. Was können sie Besseres von den süßen Lippen des Sohnes Gottes vernehmen? Punkt 7 Ich lese von einigen, die Christus in Ketten folgen. Ich meine, ihm in Fesseln nachfolgen müssen. So hat der Herr gesprochen. Der Erwerb Ägyptens und der Gewinn Kurs und die Sabea, Leute von hohem Wuchs werden zu mir hinüberkommen und dir gehören. Dir werden sie nachfolgen und in Fesseln gehen. Vor dir werden sie niederfallen und zu dir flehen. Nur bei dir ist Gott und sonst gibt es gar keinen anderen Gott. Schließlich können diejenigen, die Christus in Ketten folgen, nur mit großen Schwierigkeiten zu ihm gelangen, denn ihre Schritte werden durch die Ketten behindert. Und welche Ketten sind so schwer wie die, welche sie entmutigen? Ihre Kette aus Schuld und Schmutz wiegt schwer. Sie ist ein ineinander verschlungenes Joch auf ihrem Nacken, unter dem ihre Kraft versagt. Doch kommen sie, selbst wenn sie in Ketten kommen. Es verherrlicht Christus, wenn ein Sünder ihm in Ketten nachfolgt. Das Klirren ihrer Ketten, so beschwerlich es auch für sie ist, ist und wird kein Hindernis für ihr heil sein. Es ist Christi Werk und Verherrlichung, ihre Ketten zu lösen, ihre Schritte zu erweitern und sie zu befreien. Der Blinde konnte, als er gerufen wurde, sicherlich nicht rasch zu Jesus kommen, aber Christus konnte stillstehen und auf ihn warten. Es stimmt, was vom Herrn gesagt ist. Du reitest auf den Flügeln des Windes. Aber er ist dennoch langmütig und seine Langmut bewirkt für diejenigen das Heil, die zu ihm kommen. Punkt 8 Wenn sie diejenigen gesehen hätten, die in den Tagen seines Lebens hier auf Erden zum Herrn Jesus kamen, wie langsam, wie hinkend sie aufgrund ihrer Schwächen kamen und auch wie freundlich, gütig und barmherzig er sie empfangen hat und ihnen den Wunsch ihres Herzens gewährte, so würden sie nicht solche Bedenken über sich selbst vorbringen, wenn sie zu Christus kommen, wie sie es jetzt tun. Fünfter Einwand Doch, sagt ein anderer, ich fürchte, ich komme zu spät. Ich sorge mich, dass ich zu lange gewartet habe. Ich habe Angst, dass die Tür verschlossen ist. Antwort Sie können nie zu spät zu Jesus Christus kommen, wenn sie denn kommen. Dies wird durch zwei Beispiele deutlich. Punkt 1 Durch den Mann, der zur elften Stunde zu ihm kam. Dieser Mann war den ganzen Tag übermüßig. Er hatte einen ganzen Evangeliumstag, um zu kommen. Und er verspielte alles, bis auf die letzte Stunde. Aber zum Schluss, zur elften Stunde, kam er und ging in den Weinberg und arbeitete mit dem Rest der Arbeiter, die die Last und die Hitze des Tages getragen hatte. Doch wie wurde er von dem Herrn des Weinbergs empfangen? Nun, als der Tata kam, erhielt er genauso viel wie der Rest. Ja, er erhielt sein Geld zuerst. Sicher, die anderen murrten über ihn. Aber was hat ihnen der Herr Jesus geantwortet? Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Blickst du darum leidisch, weil ich gütig bin? Punkt 2 Das andere Beispiel ist der Schecher am Kreuz. Er kam auch spät, gerade einmal eine Stunde vor seinem Tod. Ja, er hielt sich von Jesus Christus fern, solange er in Freiheit ein Schecher sein konnte. Aber verurteilt und verdammt zum Tod. Ja, festgenagelt an dem Kreuz, damit er als der Schurke stirbt, der er in seinem Leben war. Und siehe da, als dieser Böse sogar jetzt noch Barmherzigkeit von ihm begehrt, sagt ihm der Herr Jesus. Und das ohne das geringste Zögern wegen seines früheren, vergeudeten Lebens. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Niemand soll mit dieser Gnade Gottes Mutwillen treiben. Mein Anliegen ist hier, die kommende Seele zu ermutigen. Einwand, aber ist die Tür der Gnade für manche nicht schon verschlossen, bevor diese sterben? Antwort, ja, und Gott verbietet, für solche Menschen zu beten. Einwand, könnte ich also nicht einer von ihnen sein? Antwort, in gar keinem Fall, wenn sie zu Christus kommen. Denn wenn Gott die Tür für einen Menschen verschließt, schenkt er ihm kein Herz, um zu Jesus zu kommen. Niemand kommt, außer denjenigen, denen es vom Vater gegeben ist. Sie aber kommen. Deshalb ist es ihnen vom Vater gegeben. Seien sie also gewiss, dass das Tor der Gnade für sie immer noch offen steht, wenn der Vater ihnen ein Herz gegeben hat, um zu Jesus Christus zu kommen. Es entspricht nicht der Weisheit Gottes, Kraft zur Geburt zu geben, aber doch nicht gebären zu lassen. Ihnen die Gnade zu geben, zu Christus zu kommen, und dann doch die Tür der Gnade vor ihnen zu verschließen. Neigt eure Ohren, sagt er, und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Einwand, es heißt aber auch, dass einige anklopfen, als die Tür verschlossen war. Antwort Ja, aber die Texte, in denen es um diese Menschen geht, beziehen sich auf das jüngste Gericht und nicht auf das Kommen zu Christus in diesem Leben. Betrachten sie die Texte. Dies betrifft sie also überhaupt nicht, da sie zu Jesus Christus kommen. Sie kommen jetzt. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt sitzt Gott auf dem Gnadenthron. Jetzt sitzt Christus neben ihm und führt unablässig den Sieg seines Blutes für Sünder an. Und so wird sich, solange diese Welt besteht, dieses Wort aus unserem Text immer noch frei und vollständig erfüllen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sünder, Je mehr sie ein Sünder sind und je größer ihre Schuld, desto mehr bedürfen sie der Barmherzigkeit und desto mehr wird Christus hierdurch verherrlicht. Kommen sie also. Kommen sie und versuchen sie es. Kommen sie, schmecken sie und sehen sie, wie freundlich der Herr zu einem unwürdigen Sünder ist. Sechster Einwand. Aber, sagt ein weiterer, ich falle immer wieder, seit ich begonnen habe, zu Christus zu kommen. Deshalb fürchte ich, dass ich nicht in richtiger Weise zu ihm komme und dass Christus mich folglich nicht annimmt. Antwort, zu fallen ist gefährlich, denn es entehrt Christus, belastet das Gewissen und veranlasst die Feinde Gottes zum Lästern. Aber das Argument, ich bin gefallen, also bin ich nicht in rechter Weise zu Christus gekommen, stimmt nicht. Wenn David, Salomo und Petrus solche Einwände gegen sich gehabt hätten, dann hätten sie sich noch mehr Kummer bereitet und sie hatten mindestens genauso viel Grund dazu wie sie. Ein Mensch, dessen Schritte vom Herrn gefestigt werden und an dessen Weg der Herr gefallen hat, kann doch von einer Versuchung überwunden werden und fallen. Ist nicht Aaron gefallen, ja, und Mose selbst? Was sollen wir von Hiskia und Josefat sagen? Man kann auf verschiedene Weise fallen. Man kann fallen, und trotzdem Vergebung erfahren. Und man kann fallen und keine Vergebung erlangen. Letzteres ist ein Abfall vom Licht, vom Glauben, aus Verachtung von Jesus Christus und aus dem mit Füßen treten von ihm und seinem gepriesenen Taten heraus. Nun, für solche gibt es kein weiteres Opfer für die Sünden. Sie haben in der Tat kein Herz, kein Verstand und kein Verlangen zu Christus, um ihres Lebenswillen zu kommen. Deshalb müssen sie verloren gehen. Nein, sagt der Heilige Geist, es ist unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Für solche also hat Gott kein Erbarmen und wir sollten auch keines haben. Aber fällt man auf andere Weise, auch wenn es schrecklich ist und Gott die Seinen dafür züchtigen wird, beweist dies nicht, dass sie ohne Gnade sind, jemand also, der nicht um seines Lebenswillen zu Jesus Christus läuft. Von einem Kind wird im Evangelium gesagt und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Niedergeschlagener Sünder, es ist nicht verwunderlich, dass sie gefallen sind, als sie zu Christus kamen. Ist es nicht vielmehr verwunderlich, dass sie nicht hier vor tausende Male gefallen sind? Bedenken wir, was für Narren wir von Natur sind, welche Schwächen in uns sind, welche Macht die gefallenen Engel unsere unerbittlichen Feinde haben. Auch in Anbedacht dessen, wie oft der Mensch, welcher kommt, auf seinem Weg unbedarft ist und welche Stolpersteine in seinem Weg liegen, dass auch seine früheren Freunde auf sein Stolpern warten und schauen, durch welche Mittel sie ihn, durch die Hand ihrer Starken, zu Fall bringen können. Was nun? Müssen wir durch diese Versuchungen veranlasst werden zu fallen? Nein, müssen wir uns nicht davor fürchten zu fallen? Doch, darum meint er, darum, wer meint, er stehe, der sehet zu, dass er nicht falle, aber er braucht nicht völlig entmutigt zu sein. Der Herr stützt alle Strauchenden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Nehmen sie fallen nicht leicht, sie sind trotzdem gefallen, fürchtet euch nicht, sagt Samuel, ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn weicht nicht ab, der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen und dazu zählt er auch den Sünder, der kommt, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen.